Hallo meine Bubas, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein Nagelvideo für euch. Ich war wieder bei meiner Nageltante, bei meiner Nagelfaste besser, und habe mir wieder ein neues Nageldesign machen lassen. Das sind Gel-Nägel, sind meine Nägel einfach mit Gel überzogen, verziert, kann man das so sagen, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen gefilmt, weil ich weiß ja, diese Video liebt ihr so fest. Und jetzt habe ich euch wieder mitgenommen und ja, falls ihr interessiert seid, ist nur ein kurzes Video, wie ihr das gemacht habt, dann bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal Video und schreibt mir die mal unten, ob ich das nächste Mal euch wieder mitnehmen soll. Viel Spaß beim Video, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.